wenn jetzt ja auch noch reinkommen da ist er wieder ist locker ein kollege von mummerko kommen in den bettraum bitte multi duty stalker kommst du rin du musst dich so ein bisschen verstecken erst warte ich gucke nämlich hier ist man sieht ich nicht wegen dem baum ist das nicht klar jetzt sieht man dich wieder an der jetzt nicht mehr okay drei zwei eins go hey leute und willkommen zu einer neuen folge minecraft bad wars auf unserem kanal mit mir dem torben und heute bin ich nicht alleine leute denn ihr seht schon da hinten flacke dein name auf und es ist tobi hi tobi na was geht lange war es nicht dabei lange war es nicht dabei wir spielen auf dem brummel größe firma 3 firma 3 fragt ihr euch ist halt nur zwei nein mummerko ist auch noch mit dabei weil der noch der also der ist im moment noch der einzig aktiv aus unserem clan und wir machen ab und zu einfach mal eine klaren party und die sind dann einfach in der aufnahme mit dabei dieses glück hatte marco heute naja was heißt glück also wir sind nicht die besten mehr marcus 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 auch toll er kann das auch warum ja 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 wir haben uns ja ich habe ganz gesagt ich wollte ich nicht sagen du wolltest was sagen ich habe ich echt nicht doch ganz ehrlich nein doch rede doch jetzt jetzt schrei doch nicht so du hast gesagt wir wollten oder so ja irgendwas machen ich habe keine blöcke mehr das ist doof tobi hast du blöcke für mich drei stück oder so hilf mal hier runter schnell danke should be enough boah jetzt kann ich noch eine fuhr gold mitnehmen das ist schlecht tobi ich werde sterben mit allem gold bei mir zu grün 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 hat mich glaube ich gekillt so please kill grün ist nicht da oder hat mich gelb getötet das könnte auch sein ja weil grün hat noch mal grundig gefasst ja weil grün hat noch mal grundig gefasst ähm und was wollte ich sagen ja gut ne ne blau hat mich getötet so ein arschloch ja das war mein händler dass du irgendwas sagen wolltest ne ne rede tobi bitte oh er hat abgekürzt so was wolltest du sagen ich wollte sagen dass wir ja wieder so ein bisschen an die alten zeiten anknüpfen wollen ne ja genau weil viele von euch haben sich ja gewünscht dass wir äh wieder also die vermissen die alten badwars folgen und ähm und da müssen wir natürlich mal so ein bisschen klärungsbedarf haben wir hier äh was was sind denn für dich alte badwars folgen was äh woran denkst du da tobi was bedeutet das für dich ja ganz ganz viel rumgeschreie jo das stimmt wohl also rum rumgeschrien haben wir da aber damals hatten wir auch ein bisschen skill muss man uns lassen jo dann ging das heute da konnten wir tatsächlich spielen wenn wir dann aber was nicht geschafft haben haben wir direkt rumgeschrien jo vor allem uns immer über teamkameraden irgendwie beschwert besonders über Flo jo ja das das waren so die alten badwars folgen genau kann man so sagen kann man so zusammenfassen also ein bisschen skill also ja wir hatten durchaus wir hatten schon wir hatten schon gute skill muss man sagen weil damals haben wir das fast täglich gespielt tatsächlich jo jetzt einfach keine zeit mehr schaff die schule ab das ding ist wir haben es täglich gespielt uns immer richtig aufgeregt das habt ihr anscheinend gefeiert ich weiß nicht inwiefern wir das nochmal machen können weil wir mittlerweile einfach ein ruhigeres gemüt haben oder ja 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 alles klar danke für die ausführliche antwort ja kein ding der gelbe steht da die ganze zeit und macht gar nichts und wartet darauf dass ich komme finde ich unkorrekt ja hast du gut gemacht kein ding das war der grüne der gelbe ist in der Mitte oben ja ja ok ja hier ist auch noch ein grüner in der Mitte oben der jetzt zu blau geht das finde ich super dann gehe ich zu grün oder gehe ich zu blau blau kommt zu uns gelb hat mich ein bisschen geschlagen gerade blau ist bei uns blau wird zerstört gerade blau ist aber bei uns ja also blau ist kaputt soviel steht fest ich bin so dumm ich bin so dumm ich bin so dumm Tobi bin einfach runter gerannt macht absolut nichts wir brauchen dich äh blau ist da blau ist da blau ist da Hilfe Hilfe ich hole ein Schwert ähm ich habe keine Tobi der kommt der kommt um Marco geh um Marco geh rette unser Bett what ich habe hier irgendeine Meldung in dem Skript auf der Seite ist ein Fehler aufgetreten Tom wo ist er lol lol er ist runter gefallen nein ist er nicht er ist tot nice durch die eiserne Klinge die goldene ja die englische von scroll top wir sollten über 12.18 in unser Bett mal zuzubauen was dann ähm ne da auf irgendeiner Internetseite ist irgendein Error oder so ne keine Internetseite ich weiß es nicht ok ich habe absolut keine Ahnung Tobi ok ähm naja egal wir werden ja gerade über fehlende Skinder zu besprochen im Folge dessen genau haben wir natürlich jetzt auch äh ein paar Failaufnahmen richtig weil wir halt einfach Marco schreibt Achtung ähm oben grün aber aber um nochmal um nochmal die alten Badwoss Folgen anzusprechen ja äh die ja viele vermissen ja dann wünschen wir uns Leute dass ihr uns mal in die Kommentare schreibt was ihr denn genau vermisst also was für euch diese alten Badwoss Folgen ausgemacht hat damit wir gucken können ob wir ja ja ist kein Problem ob wir das dann ähm halt wieder einrichten können dass wir schön dass wir genau das gleiche halt wieder machen können mhm und äh vielleicht wollt ihr Challenges sehen vielleicht ich weiß nicht was ihr sehen wollt schreibt uns das einfach mal in die Kommentare Können wir auch mal in die Kommentare schreiben ob Tobi mit seinen Vorschlägen recht hatte also mit seinen loih mein Handy muss ich echt mal lautlos machen äh Tobi ein blauer äh grüner ja ich geh deren Bett kaputt machen ja wow ja der ist bei uns der wird unser Bett killen Humaco ist auch ja der kriegt unser Bett bin ich schnell genug wir kommen gerade ich weiß nicht ob wir es noch schaffen ne der ist unten ja doch Humaco ist da oh nein das ist schwul und da kommt noch einer okay den kriege ich ähm ja wir wollen gerade davon sprechen wir wollten äh dann in Folge dessen dass wir jetzt auch natürlich ein paar Fails kreieren so ein paar Fails so ein Worst of quasi anschneiden an die Videos ähm einfach mal keine Ahnung ob euch das gefällt oder so genau einfach mal dass wir äh alles klar Tobi wir kommen mit sau viel Gold zurück und wenn ich sau viel sage dann meine ich übertrieben krass viel ja man aber wir reden jetzt gerade nicht um Minekruft ähm ja doch das ist gerade wichtig bitte bitte was danke wir haben so viel Gold ich habe allein 10 und Humaco hat noch wesentlich mehr ja ach man Handy sei doch bitte leise bitte bitte das habe ich glaube ich nicht gehört okay das ist gut soll ich dir auch einen Bogen kaufen ja Humaco schießt auf einen da oben zwei kommen drei hier Tobi 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 komm her oh nein Humaco hat auch noch einen Bogen gekauft wir haben viel zu viele Bögen warum ja jetzt haben wir drei er ist doch richtig so heavy naja vier meine ich ich habe noch ich habe zwei warum kommen die denn alle da hinten rum sind die dumm oder so da kriegen die doch voll viel Fall Damage lass mal zu denen gehen alter die sind alle bei uns jo stimmt ja ist ja voll gut auf warum 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 ist das passiert warum ich habe überlegt laufe ich oben drüber oder gehe ich unten drunter her und dachte ich vom Baum wird es unten drunter her da ist einer ne mhm den kriegst du wenn du da stehen bleibst äh nein nicht so stell dich in die Ecke schieß ihn ab jo stimmt danke schön noch einen ok ok er ist runter er ist runter und killt Humaco da ist noch einer alright rück vor perfekt jetzt muss Humaco mitkommen ok er kommt damit ihr Damage macht pfff ok er ist tot er ist tot der hinter dir ja oh fuck der hat ein Schwert schön die haben ein Schwert an der Kiste bau das Bett ab und dann bist du tot eigentlich der hat ein Schwert der hat ein Schwert wo ist denn der noch oben am Bett oben am Bett zieh dich zurück zieh dich zurück schnell renn zurück renn zurück wo hin denn ja wieder auf die Brücke ok wo Markus da Tobi ok äh einer muss die wegschlagen nicht beide aufs Bett gehen Tobi schlagt die weg schön sehr schön Leute sehr schön sehr schön der eine rennt in die Mitte der eine rennt in die Mitte hinterher ne der hat es geschafft jetzt hinterher bevor der sich gekippt Leute Tom ah das ist easy nein also nicht easy weil der hat jetzt 40 Gold oder so also hier liegt halt echt ultra 4 1 2 3 4 5 pro Spawner ok chill ich GG boah das war nice ey Glück gehabt nochmal also was heißt Glück gehabt nein nicht Glück gehabt ich bin halt einfach dumm gestorben und das kotzt mich an Leute ich hoffe euch hat die Folge gefallen äh schreibt mal in die Kommentare was ihr euch was ihr an den alten Folgen also was ihr vermisst jetzt an den neuen Folgen und ähm schreibt mal in die Kommentare ob ihr das mit dem Fails hinten dran so ein bisschen sehen wollt da können wir uns dann orientieren ich hoffe wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder wenn es euch gefallen hat lasst ein Like da vielen Dank fürs Zuschauen und um nichts zu verpassen könnt ihr natürlich auch gerne abonnieren haut rein bis zum nächsten Mal unions und tschüss tschüss tschö tschüss